Moin Osnabrück. Deine News für Stadt und Kreis. Guten Morgen und moin nach Osnabrück und ins Umland. Heute ist Freitag, der 12. Januar. Mein Name ist Anna Niere und das sind die heutigen Themen. Im Internet können wir jederzeit shoppen, was das Herz begehrt. Doch in der Osnabrücker Innenstadt ist irgendwann Ladenschluss. Eigentlich lag der in den meisten Geschäften bei 19 Uhr. Inzwischen steht man um diese Uhrzeit bei vielen Geschäften allerdings vor verschlossenen Türen. Gibt es im Osnabrücker Südkreis bald kein Spieleparadies mehr? Die Zappel-Arena in Georgsmarienhütte ist nur noch bis Mitte des Jahres geöffnet. Dann muss das Kinderparadies aus dem Gebäude raus. Doch es gibt noch einen Hoffnungsschimmer. Die Kosten für Pflegeheime sind in ganz Deutschland im vergangenen Jahr ordentlich gestiegen. Ich schaue mir einmal an, mit welchen Kosten Angehörige in Niedersachsen rechnen müssen. Im Dezember machte ein Schuss in der großen Straße in Osnabrück Schlagzeilen. Die Ermittler haben mittlerweile einen Tatverdächtigen. Das Problem ist nur, dass der sich ins Ausland abgesetzt hat. Eigentlich konnten die Osnabrücker sich bisher immer darauf verlassen, dass die meisten Geschäfte in der Innenstadt bis 19 Uhr geöffnet haben. Das ist quasi eine ungeschriebene Regel unter den Geschäftsleuten. Doch ganz so zuverlässig ist das jetzt nicht mehr. Das Traditionsgeschäft Schäffer, bekannt für seine Spielwaren und Haushaltsallerlei, weist seit einigen Tagen mit einem Schild an seiner Tür darauf hin, dass der Laden bereits um 18 Uhr seine Türen schließt. Die Schäffer-Geschäftsführerin Vanessa Waldvogel nennt den Grund dafür. Durch die kürzeren Öffnungszeiten könnten sich in der Kernzeit mehr Mitarbeiter um die Kunden kümmern und mehr Freizeit hätten sie dann auch. Wir haben uns einmal weiter in der Stadt umgeschaut und so einheitlich, wie wir dachten, sind die Öffnungszeiten der Geschäfte tatsächlich gar nicht mehr. Manche öffnen um 10 Uhr, andere um 9.30 Uhr. Auch abends sieht es ähnlich aus. Während die einen nur bis 18 Uhr geöffnet haben, kann in anderen Läden, vor allem in den Mode- und Drogerie-Ketten, bis 20 Uhr geshoppt werden. Woran das liegt? Die Öffnungszeiten sind abhängig von der Branche, der Lage und dem Sortiment. Vielleicht erkundigt ihr euch also lieber noch einmal, bis wann der Laden eures Vertrauens geöffnet hat. Nicht, dass ihr demnächst vor verschlossenen Türen steht. Viel Fläche zum Austoben und Auspowern für Kinder. Das hat die Zappel-Arena, die es seit 2014 schon in Georgs Marienhütte gibt. Frank Acker führt seitdem den Indoor-Spielplatz. Doch von Anfang an war klar, der Mietvertrag geht über 10 Jahre. Ohne Verlängerung. Jetzt ist es 2024, also 10 Jahre später, und es steht fest, Mitte des Jahres muss die Zappel-Arena aus dem Gebäude am Harderberg raus. Eine schlechte Nachricht für alle Familien aus der Region. Denn für die ist der Indoor-Spielplatz ein beliebter Treffpunkt. Frank Acker besitzt mittlerweile mehrere Spiel-Arenen in der Region. In Sudhausen zum Beispiel soll bald eine neue Halle unter seiner Regie eröffnen. Der ehemalige Kindermusiker weiß aber auch, der Bedarf im Südkreis ist groß und der Verlust, der ist genauso groß, wenn es die Zappel-Arena in Geermhütte nicht mehr gibt. An dieser Stelle kann ich aber auch Entwarnung geben. Denn der Vermieter hat versichert, dass die Halle auch nach dem 1. Juli noch ein Anlaufpunkt für Kinder und Familien sein soll. Dann aber mit neuem Inhaber und neuem Namen. Einen Platz im Pflegeheim zu bekommen, ist schon seit einigen Jahren nicht gerade einfach. Dazu kommen die hohen Kosten und die sind im vergangenen Jahr sogar noch weiter gestiegen. Eine Auswertung des Verbands der Ersatzkassen zeigt, dass die Kosten der Pflege zugenommen haben, obwohl es seit 2022 neben den Zahlungen der Pflegekasse auch Entlastungszuschüsse gibt. Hier einmal die Zahlen aus dem Jahr 2023. Im Durchschnitt kostete in Deutschland ein Pflegeheimplatz 2.576 Euro pro Monat. In Niedersachsen war es mit 2.273 Euro also etwas billiger. Das sind aber nur die Kosten, die von den Angehörigen selbst gezahlt werden müssen. Im Jahr davor, also 2022, waren es im Vergleich noch 80 Euro weniger gewesen. Die Gründe für den Anstieg sind recht logisch. Die Löhne wurden erhöht und die Inflation macht sich auch hier bemerkbar. In den Kosten ist der Eigenanteil für die reine Pflege und Betreuung enthalten. Denn die Pflegeversicherung trägt, anders als die Krankenversicherung, nur einen Teil der Kosten. Für Heimbewohner kommen dann noch Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Investitionen in den Einrichtungen dazu. Die Entlastungszuschläge sind im Beginn dieses Jahres sogar noch einmal erhöht worden. Aber günstiger wird ein Heimplatz für Pflegebedürftige dadurch vermutlich nicht. Ein Sonntagmorgen in der Osnabrücker Innenstadt. Normalerweise ist es da sehr ruhig. Am 17. Dezember sorgte allerdings ein Schuss für Aufruhr. Der wurde aus einem Auto abgegeben, auf der Höhe der H&M-Filiale. Ein 21-jähriger Mann wurde in die Hand getroffen und schwer verletzt. Zeugen hatten den Vorfall beobachtet. Seither ermittelt die Staatsanwaltschaft gegen einen Mann. Mein Kollege Markus Pöking hat mit den Ermittlern über den aktuellen Stand gesprochen. Markus, was weiß man denn bisher über den Verdächtigen? Ja, die Ermittler haben herausgefunden, dass ein 27-jähriger Mann der Tatverdächtige ist, der sich allerdings mittlerweile ins Ausland abgesetzt hat. Das Land, in das er ausgereist ist, kennen die Ermittler, dürfen es aber nicht verraten. Sicher ist auch, dass der 27-Jährige zwei Staatsbürgerschaften hat und schon mehrfach vorbestraft ist. Deswegen saß er auch schon einmal in Haft. Markus, was genau ist denn an jedem Sonntagmorgen im Dezember passiert? Also, soweit wir wissen, ist ein Wagen mit Bielefelder Kennzeichen in die große Straße, in die Fußgängerzone gefahren, hat dann dort gewendet. Und kurz bevor der Wagen sozusagen wieder rausgefahren wäre, gab es Streit mit einer Gruppe Passanten, ungefähr für der H&M Filiale. Und dabei ist es zu einem Handgemenge und dann auch zu dem Schuss gekommen. Und wie sind die Ermittler dann auf den Verdächtigen aufmerksam geworden? Man konnte das Kennzeichen feststellen, hat dann den Halter ermittelt. Der hatte für den Zeitraum ein Alibi, konnte aber dann Hinweise geben, wer den Wagen gefahren hat. Und darüber sind die Ermittler letztlich auch dann an den Beifahrer gekommen, der den Schuss abgegeben haben soll. Die Staatsanwaltschaft hat gegen ihn mittlerweile einen internationalen Haftbefehl erwirkt. Wir behalten den Fall auf jeden Fall im Blick und informieren euch, wenn es etwas Neues gibt. Das war Moin Osnabrück. Morgen früh kommt nicht das gewohnte News-Update, sondern eine längere Wochenendfolge zu den Bauernprotesten. Die findet ihr dann wie immer ab 5 Uhr bei Spotify, YouTube, Amazon Music, Apple Podcast und natürlich in der NOZ-Audiothek. Ich wünsche euch einen guten Start ins Wochenende.